Der Preis von Bitcoin stagniert aktuell in der Range zwischen 50.000 und 60.000 US-Dollar. Es scheint so, als würden die 100.000 nicht mehr erreichbar sein in diesem Jahr. Auch das Plan B, Stock-to-Flow-Modell, hat für November 98.000 vorausgesagt und davon sind wir weit entfernt. In diesem Video geht es darum, auch wenn wir die 100.000 nicht erreichen sollten dieses Jahr, warum man trotzdem jetzt noch Bitcoin kaufen soll. Ich werde euch drei Gründe präsentieren, alle mit relativ frischen News kombiniert und jetzt würde ich sagen, wir legen gleich los. Ja, mit dem ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem deutschen YouTube-Kanal. Ja, jetzt werden die bärischen Stimmen vielleicht langsam ein bisschen lauter, denn es scheint, als wären die 100.000 wirklich nicht mehr so einfach zu knacken dieses Jahr. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich habe in Bitcoin schon so viel erlebt. Ich bin immer noch überzeugt, die 100.000 sind möglich, aber natürlich kann es auch sein, dass die erst ein bisschen verzögert im Frühjahr 2022 kommen. Um das geht es aber nicht im heutigen Video. Wir sehen zwar ganz klar, dass sich der aktuelle Bull-Market ein bisschen anders entwickelt, als in 2013 und in 2017. Eigentlich müssten wir uns bereits in der parabolischen Phase befinden, aber irgendwie beißen die Retailer nicht an. Woran mag das liegen? Wir haben das schon öfters besprochen. Klar, ein Bitcoin ist natürlich mega teuer und niemand will nur eine ganz kleine Menge von etwas sehr Teurem. Die Leute stürzen sich lieber auf etwas, wo sie eine größere Menge davon bekommen. Wie halt zum Beispiel eben Allcoins. Da bekommen sie mehr für das gleiche Geld. So denken halt einfach Retailer. Also es gibt schon ein paar Eigenschaften, Gegebenheiten, die die Retailer vielleicht ein bisschen von Bitcoin abschrecken. Auch, dass ganz viele Institutionen jetzt bereits investiert sind, schreckt vielleicht ein bisschen ab in dem Sinne, dass die Retailer denken, sie wären zu spät. Aber jetzt möchte ich euch eben zeigen, warum auch gegen diese Anzeichen, dass wir eben noch nicht zu spät sind. Und wir fangen an mit Nummer 1 und das ist die Spieltheorie. Ihr mögt euch vielleicht an die ein oder andere Aussage von mir erinnern, dass wenn ein Land gegenüber Bitcoin zumacht, dass es ein Riesenpotenzial bietet für andere Länder, um eben aufzumachen, um genau dieses Kapital, was ein anderes Land quasi verweigert, aufzunehmen. Und genau das sehen wir beim Bitcoin Mining. Ich denke, ihr mögt euch erinnern von ein paar Monaten, als China alle Miner aus ihrem Land verbannt hat. Und was ist jetzt passiert? Wir haben hier diese Headline, die ist von heute. For the first time ever, the nation with the most Bitcoin mining power is the United States. Vor einem Jahr noch, vor zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, haben alle gesagt, Bitcoin ist so zentralisiert, das war ein absolutes Counter-Argument, dass das ganze Mining in China stattfindet. Jetzt findet das meiste Mining plötzlich in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Ganz viel ist in Texas jetzt aufgebaut worden. Okay? Also wir sehen genau das, was wir prognostiziert haben, was wir prophezeit haben, dass wenn eben ein Land zumacht, eine große Nation, in diesem Fall China, dass eine andere große Nation eben sich diesen Vorsprung verschafft und genau gegen Bitcoin aufmacht. Genau das haben wir jetzt gesehen. Wir können uns das ganze Bild hier auch nochmal auf einer Grafik anschauen. Und zwar können wir die Bitcoin Hashrate, also die totale Computing Power, die zur Sicherstellung des Bitcoin Netzwerks aufgebracht wird. Und wenn wir das Ganze uns betrachten, sehen wir ganz klar, wir hatten hier diesen mehr oder weniger konstanten Anstieg. Dann hatten wir eben den Mining-Bahn in China, wo die Miner vertrieben wurden. Die mussten ihre Maschinen abbauen, abstellen und so weiter. Wir sind ungefähr um 50% gefallen und haben jetzt aber fast die gesamte Hashleistung wieder am Start. Das muss man sich einmal vorstellen. Wir haben wirklich genau das prognostiziert. Dann kam der China-Mining-Bahn. Die Leute sind komplett ausgeflippt. Und jetzt ist das Ganze wieder aufgebaut in einem anderen Land, und zwar in den Vereinigten Staaten von Amerika. Was ist jetzt das Argument gegen Bitcoin-Mining zentralisiert in China? Kommt jetzt das nächste Bitcoin-Mining zentralisiert in den Vereinigten Staaten? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall wieder irgendwelche Argumente geben, aber sie werden immer erstens lächerlicher und es werden auch immer weniger. Jetzt mal ganz ehrlich, wie oft hört ihr noch wirklich, dass die Leute gegen Bitcoin schimpfen und gute Argumente gegen den Bitcoin finden? Es wird einfach wirklich immer weniger, weil Bitcoin auch immer mehr zunehmend salonfähig geworden ist. Zweites Argument. Inflation ist transitory. Die Inflation ist nur vorübergehend. Wie oft habt ihr das gehört aus dem Maul von Christine Lagarde, der Präsidentin der EZB, oder dem Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell. Und jetzt gab es ein Hearing, wo Jerome Powell ganz klar, oder ganz klar ist ein bisschen falsch ausgedrückt, er hat es versucht gut zu umschreiben, aber wo er ganz klar darauf angesprochen wird zumindest, was ist denn jetzt mit dieser Inflation? Ist die wirklich transitory? Und dann versucht er sich wieder hier so ein bisschen rauszuschlängeln und diesen Begriff transitory wieder so ein bisschen in die Weite zu ziehen, aber die Richtung ist ganz klar, auch Jerome Powell sagt, ja, wir sind länger über den Inflationszielen und es sieht so aus quasi, als würde die Inflation noch ein bisschen bleiben, oder wie man das auch immer nimmt. Ihr könnt euch das gerne auch reinziehen hier auf Bloomberg, aber auf jeden Fall, er ist hier so ein bisschen eingeknickt und gibt jetzt eigentlich das zu, was alle, die bereits länger im Bitcoin investiert sind, gesagt haben. Die Inflation kann nicht nur transitory sein, wenn wir einfach mal 40% des gesamten US-Dollar-Volumens neu auf den Markt bringen, quasi das Geld fluten. Und man muss sich immer so überlegen, der Preis von Bitcoin kann nur eine Richtung kennen, denn wir sprechen hier von einem begrenzten Asset, wo die Nachfrage immer noch steigt oder zumindest gleich bleibt, sie ist auf jeden Fall nicht rückläufig, aber das Ganze ist gegenübergestellt dem US-Dollar, welcher immer mehr und mehr vermehrt wird. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn plötzlich die 10-fache Geldmenge da ist, aber immer noch gleich viele Bitcoin und gleich viele Leute den Bitcoin wollen, dann muss ja Bitcoin 10-mal so teuer sein. Ganz einfach, okay? Und es scheint wirklich so, als würden gewisse Ökonomen hier einfach so durch die Welt laufen und sich hier nicht was schönreden. Und ich habe auch ein lustiges Statement gelesen, Professionelle Ökonomen sehen alles als Gründe für Inflation, außer mehr Geld drucken. Und das ist irgendwie schon eine sehr, sehr komische Wahrheit oder ein sehr, sehr komisches Bild, wo wir ganz klar sagen können, es ist doch nur logisch, dass wenn mehr Geld gedruckt wird, dass die Preise von allem einfach steigen muss langfristig. Und genau das sehen wir. Immobilien teurer geworden, Commodities teurer geworden, also Rohstoffe und das ganze Zeug. Dann, was haben wir noch? Aktien teurer geworden, Bitcoin teurer geworden. Was braucht es denn sonst noch? Noch einmal, Gründe, um jetzt Bitcoin zu kaufen. Nummer 1, die Spieltheorie, wie prophezeit, geht auf. Zweitens, die Inflation, weiter ein sehr, sehr großes Thema, was uns weiterhin verfolgen wird. Und drittens, Länder-FOMO, Fear of Missing Out auf Regierungsstufe. Und das sehen wir jetzt hier in El Salvador oder dort war zumindest der Staat. Klar, dieser Auftritt hier von Najibukele, ob das jetzt wirklich so das ist, was wir gerne hätten, weiß ich nicht. Vielleicht sind hier auch noch ein bisschen Bitconnect-Vibes am Start. Aber Leute, um das geht es gar nicht. Es geht nicht darum, ob El Salvador jetzt extrem erfolgreich sein wird mit ihrer Bitcoin-Stadt oder mit diesem Bitcoin-Bond, den sie geplant haben. Aber was wir doch ganz klar sehen ist, hier wird Kapital angezogen. In einem extrem armen Land wie El Salvador ist so ein Schritt natürlich auch PR. Das ist natürlich auch Marketing. Man will Kapital anziehen und es hat funktioniert. Und wenn jetzt andere Länder sehen, gerade andere ärmere Länder, darum sind auch mehrere südamerikanische Länder im Gespräch, um Bitcoin zu legalisieren als Legal Tender, weil wir eben sehen, dass das Geld jetzt dorthin fließt, aber es könnte auch, und da sind wir wieder bei der Regel Nummer 1, der Spieltheorie, es könnte ja auch in ein anderes Land fließen. Also Länder werden sehr wahrscheinlich in der nächsten Zeit versuchen, sich so gegenseitig ein bisschen front zu runnen, um zuerst dabei zu sein, um eben dieses Kapital anzuziehen. Bitcoin ist auf der Regierungsebene angekommen. Klar, jetzt kann man sagen, das ist nur in El Salvador, das ist nur ein Experiment und das Ganze sieht vielleicht noch so ein bisschen fragwürdig aus, ist natürlich auch nicht mit dem IMF konform, aber nichtsdestotrotz wird da ganz klar Kapital angezogen. Der Bond soll glaube ich 1 Milliarde enthalten, 500 Millionen in Bitcoin, 500 Millionen in Cash und ja, das Ganze ist doch auch nochmal eine sehr, sehr, sehr positive Bewegung in die richtige Richtung, was uns ganz klar indiziert, wo denn die Reise hingeht. Die Kernaussage ist klar, auch wenn Bitcoin die 100.000 US-Dollar nicht mehr dieses Jahr erreicht, irgendwann wird es passieren, irgendwann muss es passieren und die Frage ist einfach, seid ihr dabei oder seid ihr nur am Zuschauen? in der Zeit,